Was erlaubet, nehmt eure dreckigen Händen von des besten Deutschlands aller Zeiten König. Des königlichen Heilers trunk, also ich verspreche es, schützt also vor Sünd und Beulenpest. Wenn ihr der Müller keine Mühle mehr habt, so höret er ja nicht zugleich auf einen Müller zu sein, haha. Blasphemie, Wirecard hörte ich noch nie. Es trübet mich, euch zu verkünden, dass kein Thaler mehr zum Bestehen der Bürgerrenten verbleibe. Sollen sie doch Wärmepune, Wärmepumpen essen. Schelme, Gaukler und Kobolde trachten danach, Verblendungen und Schabernack auf den Verkündungsstätten des blauen Vogels zu säen.